Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem ganz kleinen spontanen Infovideo und einem spontanen Livestream oder relativ spontan. 19 Uhr auf Twitch, wieder mal mit Rosefeucht gezockt wird, los, geh weiter, danke, Pokémon Emerald Nasslock Randomizer und Castlevania Circle of the Moon, also im Prinzip das, was wir letztes Mal angefangen haben. Aber ich denke, da kommt jeder rein, ich meine, es ist Pokémon, da ist es jetzt nicht so wichtig, die komplette Vorgeschichte zu kennen oder so. Ja, und Castlevania lässt sich auch immer schön anschauen, da braucht man auch keinen Kontext dafür, deswegen kann gerne jeder dazu einsteigen. Ich freue mich über jeden, der zuschaut, ihr könnt in dem Chat gerne kommentieren, was das Zeug hält, sagt man das so, irgendwie sowas. Ja, ansonsten schaut mal in meinen Channel oder in die Beschreibung für einen genaueren Link zu meinem Channel und zu Rosefeuchts Channel. Ja, das war's eigentlich schon von mir, sehr schnelles Video, sehr schneller Stream. Bis 19 Uhr, Leute.